Wie echt war diese Hochspannung bei GZSZ? Die vergangenen GZSZ-Folgen haben es wirklich in sich. Zoe, Lara Dendelein-Seibert, dreht völlig durch und es kommt zur Geiselnahme im Krankenhaus. Mit einer Waffe bedroht und mit Kabelbinder gefesselt, kämpft Yvonne, Gieser-Zach, um ihr Leben. Wie viel ist bei so viel Drama und Action eigentlich echt? Das hat Gieser-Zach jetzt im Podcast verraten. War Gieser-Zach wirklich mit Kabelbinder festgemacht? Bei GZSZ wurde Yvonne von Zoe als Geisel genommen und musste um ihr Leben kämpfen. Damit es nachher für den Zuschauer so echt wie möglich aussieht, der Schauspieler aber trotzdem keine auffälligen Blassuren davon trägt, werden ein paar Tricks angewendet. Wie Gieser jetzt im neuen GZSZ-Podcast, hier auf RTL plus streamen, verraten hat. Zu den Geiselnahme-Szenen sagt sie, also ich wurde auch richtig festgemacht, sodass ich nicht raus konnte und es gab Einstellungen. Wo die Hände dann nicht so nah im Bild sind, wo man dann das ein bisschen lockerer gemacht hat, weil tatsächlich mit diesen Kabelbindern an den Handgelenken festgemacht zu sein, da verletzt man sich wirklich sehr schnell. Das gibt sehr, sehr schnell, sehr böse Druckstellen. Wie war das bei der GZSZ-Geiselnahme mit der Waffe? Und da wäre noch eine wichtige Frage zu klären. Wie war das mit der Waffe, die Zoe in der Hand hatte? Da kann Gieser beruhigen und verrät, die Pistole feuert am Set nicht ab. Da wird ein Geräusch gemacht anstatt dessen für den Schuss. Das müssen wir uns wie in vielen, ich sag mal auch lustigen Situationen, beim Tanzen zum Beispiel oft, auch einfach vorstellen, weil der Ton eben dann im Nachhinein da korrekt draufgelegt wird. Welches Geheimnis sich hinter dem Helikopter in der Szene verbirgt und ob die SEK-Beamten wirklich richtige Beamte waren, verrät Gieser Zach im neuen GZSZ-Podcast. Dort ist auch Lennart Borchert zu Gast.